Andrzej Sapkowski Das Blümchen, Biegenlied und beliebter Abzählvers der Elfen Wahrlich sage ich euch, es wird kommen eine Schwertzeit, eine Beilzeit, eine Zeit der Wolfsstürme. Es wird kommen die Zeit der weißen Kälte und des weißen Lichts, die Zeit des Wahnsinns und die Zeit der Verachtung, Tet Dai Reat, die Zeit des Endes. Die Welt wird im Frost ersterben und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Hen Ichaer, dem ausgesäten Samenkorn, Aus dem Samenkorn, das nicht keimen wird, sondern in Flammen ausbrechen. Es tua esse, so wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Welche Zeichen das sein werden, will ich euch künden. Zuvörderst wird das Blut der Einseide die Erde tränken, das Elfenblut. Ein Ithlinnes Berth, die Weissagung der Ithlinne Eigli Eib Eivänien. Die Stadt brannte. Die engen Straßen, die zum Graben führten, zur ersten Terrasse, verströmten Rauch und Hitze. Die Flammen verzehrten die dicht gedrängten Strohdächer, leckten an den Mauern des Schlosses. Von Westen her, vom Hafentor, drang Geschrei heran, der Lärm eines erbitterten Kampfes, die dumpfen Stöße des Rambocks, unter denen die Mauern erbebten. Überraschend wurden sie von den Angreifern umzingelt, nachdem diese die von wenigen Soldaten, von Bürgern mit helle Baden und den Armbrustschützen der Zünfte verteidigte Barrikade durchbrochen hatten. Die von Schabracken aus schwarzem Tuch bedeckten Pferde flogen wie Vampire über die Befestigungen hinweg. Helle, blankgezogene Breitschwerter säten tot unter den fliehenden Verteidigern. Ziri fühlte, wie der Ritter, der sie auf den Sattelbogen gezogen hatte, jäh das Pferd zügelte. Sie hörte seinen Schrei. »Halt dich fest!« schrie er. »Halt dich fest!« Andere Ritter in den Farben von Zintra präschten an ihnen vorbei, schlugen sich weiter vorn mit den Nilfgardern. Ziri sah es einen Moment lang aus den Augenwinkeln, einen wahnwitzigen Wirbel von blau-gelben und schwarzen Mänteln inmitten des Klirrens von Stahl, der Schläge gegen Schilde, des Wierens der Pferde. Ein Schrei. Nein, kein Schrei. Ein Brüllen. »Halt dich fest!« Furcht. Jeder Ruck, jede Erschütterung, jeder Sprung des Pferdes reißt schmerzhaft an den um den Riemen gekrallten Händen. Die krampfhaft zusammengepressten Beine finden keinen Halt, die Augen tränen vom Rauch. Der Arm, der sie umschlingt, engt sie ein, nimmt ihr den Atem, drückt schmerzhaft gegen die Rippen. Ringsum schwillt ein Schrei an, ein Schrei, wie sie noch nie einen gehört hat. Was muss man einem Menschen antun, dass er so schreit? Furcht. Ohnmächtig machende, lähmende, atemberaubende Furcht. Wieder klirrt Eisen, wie hört ein Pferd. Die Häuser ringsum tanzen, aus den Fenstern sprüht Feuer. Und dort, wo eben noch eine morastige Gasse war, ist der Boden mit Leichen übersät, mit der weggeworfenen Habe der Flüchtenden. Der Ritter hinter ihr bricht plötzlich in sonderbares, heiseres Husten aus. Über die in die Riemen verkrallten Hände strömt Blut. Gebrüll, das Schwören von Pfeilen. Fall, Aufprall, schmerzhafter Stoß gegen die Rüstung. Neben ihr donnern Hufe. Über sie huscht ein Pferdebauch mit offenem Sattelgurt hinweg. Wieder ein Pferdebauch, eine wehende, schwarze Schabracke. Ein Ächzen, wie von der Axt eines Holzfällers, wenn sie den Baum trifft. Doch da ist kein Holz, da trifft Eisen auf Eisen. Ein Schrei, erstickt und dumpf. Direkt neben ihr stürzt etwas Großes und Schwarzes in den Dreck. Verspritzt Blut. Ein gepanzerter Fuß zuckt hin und her, pflügt die Erde mit dem riesigen Sporn. Ein Ruck, eine Kraft reißt sie hoch, zieht sie auf einen Sattelbogen. Festhalten! Wieder das Trappeln von Pferdehufen in wahnsinnigem Galopp. Hände und Füße suchen, verzweifelt einen Halt. Das Pferd bäumt sich auf. Festhalten! Da ist kein Halt. Da ist keiner, keiner. Da ist Blut! Das Pferd stürzt. Sie kann nicht abspringen. Sich nicht befreien. Sich nicht aus der Umklammerung der Arme in dem Panzerhemd lösen. Nicht dem Blut entkommen, das ihr über Kopf und Hals strömt. Ein Ruck, aufspritzender Morast. Der harter Aufprall auf dem Boden, der erstaunlich unbewegt ist nach dem wilden Ritt. Das durchdringende Wieren und Schreien des Pferdes, das versucht, die Kruppe zu heben. Das Donnern von Hufeisen, vorbei huschende Steigbügel und Hufe, schwarze Mäntel und Schabracken, Geschrei. In der Straße ist Feuer, eine brüllende Feuerwand. Vor diesem Hintergrund ein Reiter, so groß, dass sein Kopf über die brennenden Dächer zu ragen scheint. Das mit schwarzem Tuch bedeckte Pferd tänzelt, wirft den Kopf hin und her, wiehert. Der Reiter schaut sie an. Ciri sieht das Funkeln seiner Augen durchs Visier des großen Helms, der mit den Flügeln eines Raubvogels verziert ist. Sie sieht den Widerschein des Feuers auf der breiten Schwertklinge in der gesenkten Hand. Der Reiter schaut. Ciri kann sich nicht bewegen. Ihr ist der kraftlose Arm des Erschlagenen im Wege, der ihre Taille umschlingt. Sie kann sich nicht bewegen, weil etwas Schweres und vom Blute Nasses auf ihrer Hüfte liegt und sie an den Boden nagelt. Und sie kann sich vor Angst nicht bewegen. Eine ungeheuerliche Furcht, von der sich ihr Inneres zusammenkrampft und die bewirkt, dass Ciri das Wimmern des verwundeten Pferdes nicht mehr hört, das Tosen der Flammen, die Schreie der Menschen, die ermordet werden und das Dröhnen der Trommeln. Nichts von all dem nimmt sie wahr. Das Einzige, was es gibt, was zählt, was Bedeutung hat, ist die Furcht. Die Furcht, die die Gestalt eines schwarzen Reiters mit einem federgeschmückten Helm angenommen hat, reglos vor der roten Wand von lodernden Flammen. Der Reiter spornt das Pferd an. Die Flügel des Raubvogels an seinem Helm flattern. Der Vogel setzt zum Flug an, zum Angriff auf das Wehrlose, von Furcht gelähmte Opfer. Der Vogel oder vielleicht der Ritter schreit, gellend, schrecklich, grausam, triumphierend. Schwarzes Pferd. Schwarze Rüstung, wehender, schwarzer Mantel und hinter allem Feuer, ein Meer von Feuer. Furcht. Der Vogel schreit. Die Flügel schlagen, die Federn schlagen gegen das Gesicht. Furcht. Zur Hilfe. Warum hilft mir denn niemand? Ich bin allein, ich bin klein, ich bin wehrlos, ich kann mich nicht bewegen, ich kriege nicht einmal einen Schrei aus der verkrampften Kehle heraus. Warum kommt mir niemand zu Hilfe? Ich habe Angst. Die Augen funkeln durchs Visier des großen, gefiederten Helms. Der schwarze Mantel verdeckt alles. Ciri. Sie erwachte, schweißgebadet, starr, und ihr eigener Schrei, der Schrei, der sie geweckt hatte, klang, vibrierte noch immer mitten in ihr, unterm Brustbein, brannte ihr in der ausgetrockneten Kehle. Es schmerzten die in die Decke verkrampften Hände, es schmerzte der Rücken. Ciri, beruhige dich. Ringsum war Nacht, eine dunkle und windige Nacht, die eintönig und melodisch die Wipfel der Föhren rauschen, die Stämme knarren ließ. Da war kein Feuer mehr und kein Geschrei, nur jenes rauschende Wiegenlied. Nebenan waberten Licht und Wärme des Lagerfeuers, die Flammen glänzten auf den Schnallen des Zaumzeugs, spiegelten sich rot auf Griff und Scheide des Schwertes, das an dem auf dem Boden liegenden Sattel lehnte. Es gab kein anderes Feuer und kein anderes Eisen, die Hand, die ihre Wange berührte, roch nach Haut und Asche, nicht nach Blut. Geralt! Es war nur ein Traum, ein böser Traum. Ciri begann heftig zu zittern, zog Arme und Beine an. Ein Traum, nur ein Traum. Das Lagerfeuer war schon heruntergebrannt, die Wirkenscheite waren rot und durchscheinend, sie knisterten und blaue Flammen schossen hervor, die Flammen erleuchteten die weißen Haare und das scharfe Profil des Mannes, der Decke und Mantel über sie breitete. Geralt, ich, ich bin bei dir. Schlaf, Ciri. Du musst dich ausruhen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich höre Musik, dachte sie plötzlich. In diesem Rauschen ist eine Musik, lauten Musik und Stimmen. Kleine Prinzessin aus Zintra, Kind der Vorsehung, Kind des älteren Blutes, des Elfenblutes. Geralt von Riva, der weiße Wolf und seine Vorherbestimmung. Nein, nein, das ist eine Legende, von einem Dichter erfunden. Sie lebt nicht mehr, sie wurde in den Straßen der Stadt erschlagen, als sie fortging. Halt dich fest, festhalten, Geralt! Was ist, Ciri? Was hat er mit mir gemacht? Was ist damals geschehen? Was hat er mit mir gemacht? Wer? Der Ritter, der schwarze Ritter mit Federn am Helm. Ich kann mich an nichts erinnern. Er schrie und schaute mich an. Ich weiß nicht mehr, was geschehen ist. Nur, dass ich Angst hatte. So schreckliche Angst. Der Mann beugte sich herab. Die Flammen des Lagerfeuers spielten auf seinen Augen. Das waren seltsame Augen, sehr seltsame. Früher einmal hatte sich Ciri vor diesen Augen gefürchtet, nicht gern hineingeschaut. Doch das war lange her, sehr lange. Ich kann mich an nichts erinnern, flüsterte sie und suchte seine Hand, die hart und rauh war wie unbearbeitetes Holz. Dieser schwarze Ritter, es war ein Traum. Schlafruhe, das kommt nicht wieder. Ciri hatte derlei Versicherung schon oft gehört. Früher. Man hatte es ihr viele Male gesagt, sie wieder und wieder beruhigt, wenn sie mitten in der Nacht von ihrem eigenen Schrei erwacht war. Doch jetzt war es anders. Jetzt glaubte sie es, weil es jetzt Geralt von Riva sagte, der weiße Wolf, der Hexer, der ihre Vorherbestimmung war, dem sie vorherbestimmt war, der Hexer Geralt, der sie inmitten von Krieg, Tod und Verzweiflung gefunden, sie mit sich genommen und versprochen hatte, dass sie sich nie mehr trennen würden. Sie schlief ein, ohne seine Hand loszulassen. Der Barde beendete sein Lied, den Kopf leicht geneigt, wiederholte er auf der Laute das Leitmotiv der Ballade, zurückhaltend, leise, eine Tatshöhe als der ihn begleitende Schüler. Niemand sagte ein Wort. Außer der leiser werdenden Musik waren nur das Rauschen der Blätter und das Knacken der Äste in der riesigen Eiche zu hören. Dann aber begann plötzlich eine Ziege zu meckern, die abseits an einem der Wagen angebunden war, welche rings um den uralten Baum standen. Sofort, wie auf ein Signal hin, stand einer der in dem großen Halbkreis versammelten Zuhörer auf. Er warf den kobaltblauen, goldverbrämten Mantel über die Schulter zurück und verneigte und verneigte sich, steif und würdevoll. Hab Dank, Meister Rittersporn, sagte er mit voller Stimme, doch nicht laut. Es sei mir, Radcliffe von Ochsenfurt, dem Meister der magischen Arcana, zweifellos im Namen aller hier Anwesenden gestattet, dir Dank und Anerkennung für deine große Kunst und dein Talent auszusprechen. Der Zauberer ließ den Blick über die versammelten Schweifen, die ihrer gut hundert zu Füßen der Eiche dicht im Halbkreis lagerten, standen, auf den Wagen saßen. Die Zuhörer nickten, flüsterten. Ein paar Leute begannen zu klatschen, ein paar andere grüßten den Sänger mit erhobenen Händen. Die gerührten Weibsbilder schnieften und wischten sich die Augen, womit sie nur konnten, je nach Stand, Beruf und Vermögen. Die Bäuerinnen mit dem Ärmel oder dem Handrücken, die Frauen der Kaufleute mit seidenen Tüchern, Elfen und Adlige mit Batist, und die drei Töchter des Freiherrn Willibert, der mit seinem ganzen Gefolge die Beizjagd unterbrochen hatte, um den berühmten Troubadour zu hören, schnäuzten sich hörbar und hingebungsvoll in geschmackvolle, wollene Umschlagtücher von der Farbe verrotteten Laubs. »Ich übertreibe nicht«, fuhr der Zauberer Radcliffe fort, »wenn ich sage, dass du uns aufs Tiefste bewegt hast, Meister Rittersporn, dass du uns zum Aufmerken und zum Nachdenken gebracht, unsere Herzen gerührt hast. Ich bin so frei, dir unseren Dank und unsere Hochachtung auszudrücken.« Der Troubadour stand auf und verbeugte sich, wobei ihm die am Keckenhütchen befestigte Reiherfeder über die Kniestrich. Der Schüler unterbrach sein Spiel, grenzte und verbeugte sich ebenfalls, doch Meister Rittersporn warf ihm einen drohenden Blick zu und murmelte halblaut etwas. Der Bursche senkte den Kopf und widmete sich wieder dem leisen Klimpern auf seiner Laute. Es kam Leben in die Versammelten. Nachdem die Kaufleute von den Karawanen miteinander getuschelt hatten, rollten sie ein ansehnliches Bierfässchen vor die Eiche. Der Zauberer Radcliffe hatte sich in ein leises Gespräch mit dem Freiherrn Willibert vertieft. Die Töchter des Freiherrn hörten auf zu schniefen und himmelten Rittersporn an. Der Bade bemerkte es nicht, da er gerade vollauf damit beschäftigt war, einer ausdauernd schweigenden Gruppe wandernder Elfen zuzulächeln, zuzuzwinkern und dabei die Zähne blitzen zu lassen. Sein besonderes Interesse galt einer der Elfen einer dunkelhaarigen und großäugigen Schönheit mit einer kleinen Hermelin Tock. Rittersporn hatte Rivalen. Auch seine Zuhörer, Ritter, Schuljungen und Vaganten hatten die Besitzerin der großen Augen und der kleinen Tock wahrgenommen und bedachten sie mit Blicken. Die Elfe, sichtlich erfreut über das Interesse, zupfte an den Spitzenmanschetten ihrer Bluse und klimperte mit den Wimpern. Doch die Seiten und machten kein Hehl aus ihrer Abneigung gegen die Bula. Die Lichtung bei der Eiche Bleoberis, ein Ort, wo oft Volksversammlungen abgehalten wurden, Reisende Rastmachten und Wanderer sich trafen, war bekannt für ihre Toleranz und Offenheit. Die Druiden, unter deren Schutz der jahrhunderte alte Baum stand, nannten die Lichtung den Ort der Freundschaft und empfingen bereitwillig jeden Gast. Aber selbst bei außerordentlichen Gelegenheiten, wie es der soeben beendete Auftritt eines weltbekannten Troubadours war, hielten sich die Reisenden bei ihren eigenen, recht deutlich abgegrenzten Gruppen. Elfen blieben bei den Elfen. Die Handwerker unter den Zwergen gesellten sich zu ihren bis an die Zähne bewaffneten Stammes Verwandten, die als Schutztruppe für die Handelskarawanen dienten, und duldeten höchstens noch Gnomen, Bergleute und Halblingbauern in ihrer Nähe. Alle Nichtmenschen hielten gleichermaßen Abstand zu den Menschen. Die Menschen zahlten es den Nichtmenschen auf dieselbe Weise heim, doch auch unter ihnen war keine Spur von Integration zu beobachten. Der Adel sah angewidert auf Kaufleute und Hausierer herab, Soldaten und Söldner rückten von den Hirten in den stinkenden Mänteln ab. Die wenigen Zauberer und Adepten isolierten sich völlig und bedachten alle ringsum in gerechtem Gleichmaß mit ihrem Hochmut. Den Hintergrund indes bildete die zusammengedrängte, dunkle, finster, schweigende Masse der Bauern. Sie, die mit den über die Köpfe ragenden Rechen, Mistgabeln und Dreschflegeln an eine Armee erinnerten, ignorierten alle und alles. Eine Ausnahme bildeten wie üblich die Kinder. Befreit von dem Gebot, sich während des Auftritts des Baden still zu verhalten, stürmte die Rasselbande mit wildem Geschrei in den Wald, um sich dort mit Feuereifer einem Spiel zu widmen, dessen Regeln jemand, der die glücklichen Kinderjahre schon hinter sich hatte, für gewöhnlich nicht verstand. Die kleinen Menschen, Elfen, Zwerge, Halblinge, Gnomen, Halbelfen, Viertelfen und Knirpse rätselhafter Herkunft kannten und akzeptierten keine gesellschaftlichen und Rassenschranken vorerst. In der Tat, rief einer der auf der Lichtung anwesenden Ritter, ein spindeldürrer Kerl in einem rot-schwarzen Wams, das mit drei schreitenden Löwen verziert war, das hat der Herr Zauberer gut gesagt, schöne Balladen waren das bei meiner Ehre, Herr Rittersporn, wenn ihr einmal in der Nähe von Karlhorn seid, dem Kastell meines alten Herrn, dann tretet ein, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, wir werden euch bewirten wie einen Fürsten, was sage ich, wie König, wie sie mir selber, ich schwöre auf mein Schwert, ich habe viele Troubadoure gehört, aber die sind gar nichts im Vergleich zu euch, Meister, nehmt von uns, den Edelgeborenen und zum Ritter Geschlagenen Wertschätzung und Huldigung für eure Kunst entgegen. Mit unfehlbarem Gespür für den richtigen Augenblick zwinkerte der Troubadour dem Schüler zu, der Bursche legte die Laute beiseite und nahm eine kleine Schatulle vom Boden auf, die dazu diente, bei den Zuhörern gewichtigere Bekundungen ihrer Anerkennung zu sammeln. Er zögerte, ließ den Blick über die Menge schweifen, worauf er die Schatulle wieder hinlegte und einen nahe beistehenden leeren Zuber ergriff. Mit einem geneigten Lächeln hieß Meister Rittersporn die Umsicht des jungen Mannes gut. Meister, rief eine stattliche Frau, die auf einem Wagen mit der Aufschrift Vera, Löwenhaupt und Söhne saß, der mit Waren aus Weidenruten beladen war. Von den Söhnen war weit und breit nichts zu sehen. Wahrscheinlich waren sie damit beschäftigt, die von der Mutter erarbeitete Habe zu vergeuden. Meister Rittersporn, wie das? Ihr lasst uns im Ungewissen? Das ist doch nicht das Ende eurer Ballade. Lieder und Balladen, sagte der Künstler mit einer Verbeugung, sind nie zu Ende, meine Dame, denn die Poesie ist ewig und unsterblich. Sie kennt weder Anfang noch Ende. Aber was war danach? Die Kauffrau gab sich nicht geschlagen, während sie freigebig klingende Münzen in den Zuber warf, den ihr der Schüler hinhielt. Erzählt uns wenigstens davon, wenn ihr nicht davon singen mögt. In euren Liedern sind überhaupt keine Namen gefallen, aber wir wissen ja, dass der Hexer, den ihr besingt, kein anderer als der berühmte Geralt von Riva ist. Jene Zauberin jedoch, zu der er in heißer Liebe entbrannt ist, ist die nicht minder berühmte Jennifer. Jenes Überraschungskind indes, das dem Hexer versprochen und vorherbestimmt ist, muss ja wohl Cirilla sein, die unglückliche Prinzessin aus dem von den Angreifern verwüsteten Zintra, ist es nicht so? Rittersporn lächelte geduldig und geheimnisvoll. Ich singe von allgemeingültigen Dingen, edle Wohltäterin, erklärte er, von Gefühlen, die jedem zuteil werden können, nicht von konkreten Personen. Mitnichten, brüllte jemand aus der Menge, jeder weiß, dass die Lieder vom Hexer Geralt handeln. Ja, ja, piepsten die Töchter des Freiherrn Willibert im Chor, während sie die Tränen nassen Tücher auswrangen. Singt noch etwas, Meister Rittersporn, was war danach? Haben der Hexer und die Zauberin Yennefer schließlich zueinander gefunden? Und haben sie sich geliebt? Waren sie glücklich? Wir wollen es wissen! Meister, Meister! Ach, was, rief Kehlig der Anführer einer Gruppe von Zwergen und schüttelte den rotblonden und derlei blauäugige Ammenmärchen? Das alles ist ja nichts für Ungut, Herr Dichter, reiner Schwindel oder poetische Erfindung, damit es schöner wird und rührend, aber die militärischen Dinge, wie das Gemetzel und die Plünderung von Zintra, wie die Schlachten von Marnadal und Sodden, das habt ihr uns wirklich schön gesungen, Rittersporn. Ha, für so ein Lied lässt man gern etwas Silber springen, wo es doch das Herz des Kriegers erfreut und man konnte sehen, dass ihr keinen Deut gelogen habt, das sage ich, Sheldon Skux und ich kann Wahrheit und Lüge unterscheiden, denn ich war in Sodden dabei, ich habe da mit der Axt in der Hand gegen die Invasoren aus Nilfgaard gestanden. Ich, Dunimir von treu, schrie der dünne Ritter mit den drei Löwen auf dem Wams, des Sheldons Skux. Ich aber war in der vordersten Linie dort, wo es heiß herging. Gib Acht, was du sagst, Langbart. Dunimir von treu lief rot an und rückte den vom Schwert heruntergezogenen Waffengürtel zurecht. Und zu wem? Gib selber Acht. Der Zwerg schlug mit der Hand auf die hinterm Gürtel steckende Axt, wandte sich zu seinen Kumpanen um und bläckte die Zähne. Habt ihr den gesehen? Den beschissenen Ritter? Wappenträger, drei Löwen auf dem Schild, zwei Scheißen, aber der dritte Knurrt. Frieden, Frieden! Ein grauhaariger Druide in weißem Gewand unterband mit scharfer gebieterischer Stimme den aufkommenden Streit. Das schickt sich nicht, meine Herren, nicht hier, nicht unter den Ästen von Bleoberis, der Eiche, die älter ist als jeder Zank und Streit dieser Welt und nicht in der Gegenwart des Dichters Rittersporn, dessen Balladen uns Liebe lehren sollen, nicht Händel. Richtig, unterstützte den Druiden ein untersetzter, beleibter Priester mit schweißglänzendem Gesicht. Ihr seht, aber habt keine Augen, ihr hört, doch eure Ohren sind taub, denn die Liebe Gottes ist nicht in euch, weil ihr wie leere Fässer seid. Wenn schon von Fässern die Rede ist, piepste ein langnasiger Gnom von einem Wagen mit der Aufschrift Eisenwaren, Herstellung und Verkauf, so rollt doch noch eins her, ihr Herren Zunftleute, dem Dichter Rittersporn ist ganz gewiss die Kehle trocken geworden und uns von all der Rührung nicht weniger. Wahrlich wie leere Fässer sage ich euch, Predigt zu unterbrechen. Rein weh gar nichts habt ihr von den Balladen des Herrn Rittersporn verstanden, nichts daraus gelernt. Ihr habt nicht verstanden, dass diese Balladen vom Schicksal der Menschen handeln, davon, dass wir in der Hand der Götter nur Spielzeug sind und unsere Länder der Spielplatz. Die Balladen sprechen von der Vorherbestimmung, von unserer aller Vorherbestimmung und die Legende vom Hexer Geralt und der Prinzessin Ciri, wenn gleich sie auf den wahren Hintergrund jenes Krieges gelegt ist, ist doch nur ein Gleichnis, ein Fantasieprodukt des Dichters und sollte dazu dienen, dass wir »Du redest Unsinn, heiliger Mann«, rief Vera Löwenhaupt von der Höhe ihres Wagens herab, »was für eine Legende, was für ein Fantasieprodukt, ich jedenfalls kenne Geralt von Visima, wo er die Tochter von König Volktest entzaubert hat, und später bin ich ihm noch einmal auf dem Händlerweg begegnet, als er auf Bitten der Gilde einen grimmigen Greifen erlegte, der die Karawanen überfiel und mit dieser Tat vielen guten Menschen das Leben rettete. Nein, das ist keine Legende und kein Märchen, die Wahrheit, die reine Wahrheit hat uns Meister Rittersporn hier gesungen. Ich kann das bestätigen, sagte eine schlanke Kriegerin, die ihre schwarzen Haare glatt nach hinten gekämmt und zu einem dicken Zopf geflochten hatte. Auch ich, Reiler aus Lyrien, kenne Geralt, den Weißen Wolf, den berühmten Vernichter der Ungeheuer. Die Zauberin Jenepha habe ich ebenfalls des Öfteren gesehen, denn ich war in Wengerberg, wo sie ihren Wohnsitz hat. Davon, dass die beiden sich geliebt hätten, ist mir jedoch nichts bekannt. Aber es muss wahr sein, ließ sich plötzlich mit melodischer Stimme die hübsche Elfe mit der Hamelin Tock vernehmen. Diese schöne Ballade von der Liebe kann nicht erfunden gewesen sein. Kann sie nicht, sekundierten der Elfe die Töchter des Freiherrn Willibert und wischten sich wie auf Kommando die Augen mit den Tüchern. Auf gar keinen Fall. Herr Zauberer, wandte sich Vera Löwenhaupt an Ratcliffe, haben sie sich geliebt oder nicht? Ihr wisst sicherlich, wie es wirklich gewesen ist mit dem Hexer und dieser Jennifer. Lüftet den Schleier des Geheimnisses. Wenn das Lied sagt, dass sie sich geliebt haben, sagte lächelnd der Zauberer, dann war es so, und diese Liebe wird die der Poesie. Es heißt, warf Freiherr Willibert plötzlich ein, dass Jennifer von Wengerberg auf der Anhöhe von Sodden gefallen ist. Dort sind mehrere Zauberinnen ums Leben gekommen. Das ist nicht wahr, sagte Donimir von Treu. Ihr Name steht nicht auf dem Denkmal. Das ist meine Gegend. Ich war so manches Mal auf der Anhöhe und habe die in das Denkmal gemeißelten Inschriften gelesen. Drei Zauberinnen sind dort umgekommen. Triss Merigold, Litter Nate, genannt die Koralle. Der dritte Name ist mir entfallen. Der Ritter schaute den Zauberer Ratcliffe an, der aber lächelte nur und sagte kein Wort. Aber dieser Geralt, ließ sich plötzlich Sheldons Gax vernehmen, dieser Geralt, der diese Gras gebissen. Ich habe gehört, dass es ihn irgendwo im Flussland erwischt hat, hat ungeheuer umgebracht, bis er schließlich seinen Meister gefunden hat. So ist es, ihr Leute, wer mit dem Schwert kämpft, kommt durch das Schwert um. Jeder trifft irgendwann auf einen Besseren und kriegt Eisen zu fressen. Das glaube ich nicht. Die schlanke Kriegerin verzog die blassen Lippen, spuckte saftig auf den Boden, verschränkte klirrend die mit Ketten Panzer bewährten Unterarme vor der Brust. Ich glaube nicht, dass Geralt von Riva auf einen Besseren treffen kann. Ich hatte Gelegenheit zu sehen, wie dieser Hexer mit dem Schwert umgeht. Er ist einfach unmenschlich schnell. Gut gesagt, warf der Zauberer Radcliffe ein. Unmenschlich. Hexer sind Mutanten. Daher ist die Schnelligkeit ihrer Reaktion. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, Herr Magier. Die Kriegerin verzog die Lippen zu einer noch widerwärtigeren Grimasse. Eure Worte sind zu gelehrt. Doch eines weiß ich, kein Schwertkämpfer, den ich kannte oder kenne, kann sich mit Geralt von Riva messen, mit dem weißen Wolf. Darum glaube ich nicht, dass er im Kampf besiegt worden ist, wie der Herr Zwerg behauptet. Jeder kneift den Hintern dicht, wenn er gegen viele ficht, sprach Sheldons Gag sentenziös, wie die Elfen sagen. Die Elfen teilte kalt ein hochgewachsener, hellhaariger Vertreter des älteren Volkes mit, der neben der hübschen Tock stand, pflegen sich nicht derart ordinär auszudrücken. Nein, nein, piepsten hinter den bräunlichen Tüchern die Töchter des Freiherrn Willibert hervor. Der Hexer Gerald kann nicht umgekommen sein, der Hexer hat die ihm vorher bestimmte Ciri gefunden und dann die Zauberin Yennefer und alle drei haben lange und glücklich gelebt, nicht wahr, Meister Ritterspawn? Aber das war doch eine Ballade edle Fräuleins. Der bierdurstige Gnom, der Hersteller von Eisenwaren verlangen. Wahrheit ist eine Sache, Boisie eine andere. Nehmen wir nur diese, wie hieß sie doch, Ciri, dieses berühmte Überraschungskind. Ich war des Öfteren in Zintra und weiß, dass der König und die Königin dort kinderlos waren. Sie hatten weder Sohn noch Tochter. Lüge, rief ein rothaariger Mann in einer Kutte aus Seehundsfell, der ein kariertes Tuch um die Stirn gebunden hatte. Königin Kalante, die Löwin von Zintra, hatte eine Tochter Pavetta. Sie ist mit ihrem Mann bei einem Sturm ums Leben gekommen. Die Strudel des Meeres haben sie verschlungen. Beide! Ihr seid selber, dass ich nicht lüge, rief der Eisenwarengnom alle als Zeugen an. Pavetta und nicht Ciri, hieß die Prinzessin von Zintra. Cirilla, genannt Ciri, war die Tochter jener ertrunkenen Pavetta, erklärte der Rothaarige. Sie war keine Prinzessin, sondern Fürstentochter von Zintra, und sie war auch das dem Hexer vorherbestimmte Überraschungskind. Sie war es, die die Prinzessin, noch ehe das Kind zur Welt kam, dem Hexer versprach, wie es Herr Rittersporn gesungen hat. Aber der Hexer konnte sie nicht finden und mitnehmen. Da ist der Herr Dichter von der Wahrheit abgewichen. Ist er aber wie, schaltete sich ein sehniger junger Mann ins Gespräch ein, der Kleidung nach zu urteilen wohl ein Handwerksgeselle auf Wanderung, ehe er sein Meisterstück anfertigt und die Meisterprüfung ablegt. Dem Hexer ist seine Vorherbestimmung entgangen. Cirilla ist während der Belagerung von Zintra umgekommen. Bevor sich Königin Kalanthe vom Turm stürzte, hat sie mit eigener Hand der Fürstentochter den Tod gegeben, damit sie Nilfgaard nicht lebendig in die Fänge geriet. Das war anders, ganz anders, widersprach der Rothaarige. Die Fürstentochter ist während des Gemetzels erschlagen worden, als sie versuchte, aus der Stadt zu entkommen. Wie dem auch sei, schrie der Eisenwarengenum. Der Hexer hat diese Ciri nicht gefunden, der Dichter hat gelogen. Aber schön hat er gelogen, sagte die Elfe mit der Tock und schmiegte sich an den hoch gewachsenen Elf. Es geht nicht um Poesie, sondern um die Tatsachen, rief der Eisenwarenhändler. Ich sage, die Fürstentochter ist von der Hand ihrer eigenen Großmutter umgekommen. Und ich sage, dass sie auf der Straße erschlagen wurde, als sie zu fliehen versuchte, teilte der Rothaarige mit. Ich stammel zwar nicht aus Zintra, aber ich weiß das, weil ich bei der Mannschaft des Jarls von Skellige war, der Zintra im Krieg unterstützt hat. Der König von Zintra, Eist Tursiak, stammt bekanntlich von den Skellige Inseln, er war der Onkel des Jarls. Ich aber habe in der Mannschaft des Jarls in Marnadal und in Zintra gekämpft und dann nach der Niederlage bei Sodden. Noch ein Mitkämpfer, knurrte Schelden Skacks an die ihn umringenden Zwerge gewand. Lauter Helden und Krieger. Hey Leute, ist unter euch wenigstens einer, der nicht in Marnadal oder bei Sodden gekämpft hat? Spott ist fehl am Platz des Skacks, sagte der hochgewachsene Elf tadelnd und legte der Schönheit mit der Tock den Arm um die Schultern, um bei den anderen Bewunderern jeden Zweifel zu zerstreuen. Bilde dir nur nicht ein, dass nur du bei Sodden gekämpft hast. Ich beispielsweise habe auch an dieser Schlacht teilgenommen. Fragt sich, auf welcher Seite, flüsterte Freiherr Willibert Radcliffe so zu, dass es wie allgemein bekannt, fuhr er fort, ohne den Freiherrn und den Zauberer auch nur eines Blickes zu würdigen, haben in der zweiten Schlacht um Sodden an die hunderttausend Krieger im Felde gestanden, von denen mindestens dreißigtausend gefallen sind oder versehrt wurden. Herrn Rittersporn gebührt Dank, dass er in einer seiner Balladen diesen berühmten, aber auch schrecklichen Kampf für die Ewigkeit bewahrt hat, sowohl in den Worten als auch in der Melodie dieses Liedes habe ich nicht Lobpreis gehört, sondern Warnung, abermals Lob und ewiger Ruhm gebührendem Herrn Dichter für eine Ballade, die vielleicht dazu beiträgt, dass sich eine Wiederholung der Tragödie, die dieser grausame und nutzlose Krieg war, in Zukunft vermeiden lässt. Wahrlich, sagte Freiherr Willibert und blickte den Elf herausfordernd an. Merkwürdige Dinge habt ihr aus der Ballade herausgehört, werter Herr. Ein nutzloser Krieg, sagt ihr? Ihr möchtet eine Tragödie in Zukunft gern vermeiden? Sollen Können wir das so verstehen, dass, wenn Nilfgaard uns wieder angreifen würde, ihr zur Kapitulation rietet? Das Joch von Nilfgaard unterwürfig annehmen würdet? Das Leben ist eine unschätzbare Gabe und muss bewahrt werden, sagte der Elf kalt. Nichts rechtfertigt eine Schlechterei und Hekatomben, wie es beide Schlachten umsodden waren, die Verlorene und die Gewonnene. Beide haben euch Menschen Tausende von Existenzen gekostet. Ihr habt ein unvorstellbares Potenzial verloren. Elfengerede, platzte Sheldon Skacks heraus. Dummes Geschwätz! Das war der Preis, der gezahlt werden musste, damit die anderen in Anstand und Frieden leben können, statt sich von den Nilfgaardern in Ketten legen, Blenden, in die Schwefelgruben und Salzbergwerke prügeln zu lassen. Diejenigen, die den Heldentod gestorben sind und dank Rittersporn ewig in unserer Erinnerung leben werden, haben uns gelehrt, wie man sein Heim verteidigt. Singt eure Balladen, Rittersporn, singt sie allen vor. Die Lehre wird nicht vergeben sein, sondern uns nützen. Ihr werdet es sehen, denn heute oder morgen wird Nilfgaard wieder über uns kommen. Denkt an meine Worte, jetzt lecken die Wunden und erholen sich, aber der Tag ist nicht fern, da wir ihre schwarzen Mäntel und gefiederten Helme wieder zu Gesicht bekommen werden. Was wollen Sie von uns? rief Vera Löwenhaupt. Warum haben Sie es auf uns abgesehen? Warum lassen Sie scherlten scherlten Skacks und rollte drohend mit den Augen? Ein paar Leute lachten auf, aber leise und heimlich. Denn obgleich es eine sehr komische Vorstellung war, dass jemand außer Zwergen auf die ungemein unattraktiven Zwergenfrauen aus sein könnte, so war es doch ein riskantes Thema für Späße, vor allem in Anwesenheit der kleinen, stämmigen und bärtigen Herrschaften, deren Äxte und Dolche, die hässliche Angewohnheit zu schnellen und die Zwerge, aus unerfindlichen Gründen durch und durch davon überzeugt, alle Welt sei auf ihre Frauen und Töchter scharf, waren in dieser Hinsicht überaus reizbar. Dazu musste es eines Tages kommen, sagte plötzlich der grauhaarige Druide. Das musste geschehen. Wir haben vergessen, dass wir nicht allein auf Erden sind, nicht der Nabel der Welt, wie dumme, faule, folgefreiche weißne Karpfen in einem trüben Teich, glaubten wir nicht an die Existenz von Hechten. Wir haben zugelassen, dass unsere Welt wie jener Teich verschlammte, versumpfte und zu Faulen begann. Blickt euch um, überall Verbrechen und Sünde, Gier, Gewinnsucht, Tank, Zwietracht, Sittenverfall, Missachtung aller Werte. Statt so zu leben, wie es die Natur uns heißt, haben wir begonnen, diese Natur zu vernichten. Und was kommt dabei heraus? Die Luft ist verpestet vom Gestank der Eisenhütten, Flüsse und Bäche sind von Schlachthöfen und Gerbereien verschmutzt, die Wälder werden auf Teufel komm raus abgeholzt, sogar in der lebendigen Rinde der heiligen Bleoberis, schaut nur, da gleich überm Kopf des Herrn Dichters hat jemand mit dem Klappmesser einen widerlichen Ausdruck eingeritzt, noch dazu fehlerhaft. Nicht genug, dass das ein Vandale war, es war auch noch ein Ignorant, der nicht schreiben kann. Was wundert ihr euch? Das musste ein böses Ende nehmen. Ja, ja, fiel der dicke Priester ein, besinnt euch, ihr Sünder, ehe es zu spät ist, denn der Zorn der Götter und die Vergeltung sind über euch. Denkt an die Weissagung von Idlina, an die prophetischen Worte von der Strafe der Götter, die das von Verbrechen vergiftete Geschlecht heimsuchen wird, erinnert euch, es kommt die Zeit der Verachtung und der Baum wird sein Laub verlieren, die Knospe wird verdorren, die Frucht verfault und das Korn wird bitter und in den Flusstälern strömt statt Wasser Eis und es wird kommen die weiße Kälte und danach das weiße Licht und die Welt wird im Frost ersterben. So spricht die Prophetin Idlina, doch bevor das geschieht, werden Zeichen erscheinen und Plagen hereinbrechen, denn vergesst nicht, Nilfgaard ist eine Gottesstrafe, das ist die Geißel, mit der die Unsterblichen euch Sünder züchtigen, damit ihr, ach, haltet den Mund hoch, würden, blaffte Scherden Skacks und stampfte mit dem schweren Stiefel auf. Es wird einem ganz übel von eurem Aberglauben und Gefasel, die Gedärme drehen sich einem um. Vorsicht, Scherden, unterbrach ihn der hochgewachsene Elf mit einem Lächeln, spotte nicht über eine fremde Religion, das ist weder schön noch anständig noch ungefährlich. Ich spotte über nichts, widersprach Zwerg. Ich ziehe die Existenz der Götter nicht in Zweifel, aber es bringt mich auf, wenn jemand sie in die irdischen Angelegenheiten hineinzieht und einem mit den Prophezeiungen irgendeiner verrückten Elfe den Kopf vernebelt. Die Nilfgaarder sollen also ein Werkzeug der Götter sein? Unsinn! Denkt, ihr Menschen, zurück an die Zeiten von Desmond, Radowik, Xambuk, an die Zeiten von Abrat, Alteiche! Ihr erinnert euch nicht, weil euer Leben kurz ist wie das einer Eintagsfliege, aber ich weiß es noch und will euch daran erinnern, wie es war, hier in diesen Landstrichen, gleich nachdem ihr an der Yaruga-Mündung und dem Pontar-Delta aus euren Booten gestiegen seid. Aus der Besatzung von vier angekommenen Schiffen wurden drei Königreiche gebildet und später haben die Stärkeren, die Schwächeren geschluckt und so ihre Macht gestärkt. Sie haben andere unterworfen, sie sich einverleibt und die Königreiche wuchsen, wurden immer größer und stärker und jetzt macht Nilfgaard dasselbe, denn das ist ein starkes und einiges, strenges und geschlossenes Land und wenn ihr euch nicht ebenso zusammenschließt, wird Nilfgaard euch schlucken, genau wie der Hecht den Karpfen, wie unser weiser Druide gesagt hat. Sollen sie es nur versuchen? Donimir von Troi warf sich in die mit drei Löwen verzierte Brust und ruckte geräuschvoll am Schwert in der Scheide. Wir haben sie bei Sodden Moris gelehrt, wir können es auch ein zweites Mal tun. Ihr bildet euch gar zu viel ein, Knotisch Helden Skacks. Ihr habt anscheinend vergessen, Herr Ritter, dass Nilfgaard vor der zweiten Auseinandersetzung bei Sodden wie eine eiserne Walze durch eure Länder gefahren ist und mit den Leichen von Angebern eures Schlages die Felder von Marmadal bis ins Flussland übersät hat. Und einhalb haben den Nilfgaardern auch nicht solche Schreihälse wie ihr geboten, sondern die vereinigten Streitkräfte von Temerien, Redanien, Aedien und Katwin. Gemeinsames Sinnen und einheitliches Handeln, das hat sie aufgehalten. Nicht nur, sagte Radcliffe volltönend, aber sehr kalt, nicht nur das, Herr Skacks. Der Zwerg räusperte sich laut, schnäuzte sich, schurrte mit den Stiefeln, worauf er sich leicht zu dem Zauberer hin verneigte. Niemand wird euren Konfratres die Verdienste absprechen, sagte er. Schande über den, der nicht das Heldentum der Zauberer auf der Anhöhe von Sodden würdigt, denn sie haben sich wacker geschlagen, haben ihr Blut für die gemeinsame Sache vergossen, haben wacker zum Sieg beigetragen. Herr Rittersporn hat sie in seiner Ballade nicht vergessen, und auch wir werden sie nicht vergessen, doch bedenkt, dass jene Zauberer vereint und solidarisch auf der Anhöhe kämpften, dass sie die Führung des Wilgeforts akzeptierten, so wie wir, die Krieger der Vier Königreiche, den Oberbefehl Visimirs anerkannt haben. Schade nur, dass diese Eintracht und Solidarität nur für die Zeit des Krieges ausgereicht hat, denn jetzt, wo Frieden ist, haben wir uns wieder gespalten. Visimirs ist sich mit Volltest über Fragen des Zolls und des Stapelrechts uneins, dem Event von Edien zankt sich mit Hänselt um die nördliche Monarchie und der Liga von Hengfors und den Thysseniden von Kovir geht das alles sonst wo vorbei, und auch unter den Zauberern sucht man, wie ich gehört habe, heute vergebens nach der früheren Eintracht. Bei euch gibt es keine Geschlossenheit, keine Disziplin, keine Einheit, aber in Nilfgaard gibt es das alles. Über Nilfgaard herrscht M hier, war Emreys ein Tyrann und Monarch der Gehorsam mit Peitsche Strick und Beil erzwingt, donnerte frei Herr Willibert. Was schlagt ihr uns davor, Herr Zwerg? Wozu sollen wir uns zusammenschließen? Zu einer ähnlichen Tyrannei? Und welcher König, welches Königreich sollte eurer Ansicht nach sich die übrigen unterordnen? In Was kümmert mich das? Skax zuckte mit den Schultern. Das sind eure Menschen Angelegenheiten. Egal, wen ihr schließlich zum König macht, es wird jedenfalls kein Zwerg sein. Und auch kein Elf, nicht einmal ein Halb Elf, fügte der hochgewachsene Vertreter des älteren Volkes hinzu, während er abermals den Arm um die Schönheit mit der Top legte. Sogar einen Viertel Elf haltet ihr für den letzten Dreck. Da drückt euch der Schuh, Willibert lächelte. Ihr stoßt in dasselbe Horn wie Nilfgaard, denn Nilfgaard redet auch immerzu von Gleichheit, verspricht euch die Rückkehr zu den alten Zuständen, wenn es uns nur besiegt und aus diesen Ländern hinaus wirft. So eine Einheit also, so eine Gleichheit schwebt euch vor, von so einer redet, so eine verkündet ihr, weil Nilfgaard euch dafür mit Gold bezahlt. Und es ist kein Wunder, dass ihr einander so gern habt, denn das ist ja eine Elfenrasse, diese Nilfgaarder. Unsinn, sagte der Elf kalt. Ihr redet Dummheiten, Ritter. Der Rassismus macht euch offensichtlich blind. Die Nilfgaarder sind genau solche Menschen wie ihr. Das ist eine Lüge. Sie sind die Nachkommen von Schwarzen Seid. Das weiß jeder. In ihren Adern fließt das Blut von Elfen. Elfen Blut! Und was fließt in euren Adern? Der Elf lächelte spöttisch. Wir vermischen unser Blut seit Generationen, seit Jahrhunderten, wir und ihr. Das gelingt uns bestens. Ich weiß nicht, ob zum Glück oder zum Unglück. Es ist kein Viertel Jahrhundert her, dass ihr begonnen habt, gemischte Verbindungen zu verdammen, übrigens mit kläglichem Erfolg. Und jetzt zeigt mir einen Menschen ohne Beimischung von Seide Itcher Ehr, vom Blut des älteren Volkes. Willibert lief sichtlich rot an. Auch Vera Löwenhaupt errötete bis über die Ohren. Der Zauberer Radcliffe senkte den Kopf und Interessanterweise wurde auch die schöne Elfe mit der Hermelin Tock rot. Wir alle sind Kinder von Mutter Erde, ertönte leise die Stimme des grauhaarigen Druiden. Wir sind Kinder von Mutter Natur. Und obwohl wir unsere Mutter nicht achten, obwohl wir ihr manchmal Kummer und Schmerz zufügen, obwohl wir ihr das Herz brechen, liebt sie uns, liebt uns alle. Lasst uns dessen ein Gedenk sein, die wir hier versammelt sind, am Ort der Freundschaft. Und wir wollen uns nicht streiten, wer von uns zuerst hier war, denn zuerst wurde von einer Welle die Eichel angespült, und aus der Eichel keimte keimte die große Bleo Beris die älteste von allen Eichen. Wenn wir unter den Ästen der Bleo Beris stehen, zwischen ihren zeitlosen Wurzeln, wollen wir nicht unsere eigenen brüderlichen Wurzeln vergessen, die Erde, aus der diese Wurzeln erwachsen. Denken wir an die Worte aus dem Lied des Dichters Rittersporn. Genau, rief Vera Löwenhaupt, wo ist er eigentlich? Er hat sich verdrückt, stellte Sheldon Skux mit einem Blick auf den leeren Platz unter der Eiche fest. Hat das Geld genommen und sich ohne Abschied verdrückt. Wahrlich auf Elfenart. Auf Zwergenart, piepste der Eisenwaren genommen. Auf Menschenart, berichtigte der hochgewachsene Elf, und die Schönheit mit der Tock legte den Kopf an seine Schulter. Eisenwaren 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 von Eisenwaren von Eisenwaren Vielen Dank.